Na gut, ah, ma, das ist ja auch übel, da legt man sich hin zum schlafen, dreht sich um und da ist kein wütender Ogre, sondern einfach nur ein Ogre, der einen dumm anstarrt. Total Psycho. Komm, geh weg. Können wir hier irgendwo außen rum? Nee, aber ich höre hier jede Menge schleimige Geräusche. Achso, hier ist unsere Schneckenecke. Okay, machen wir die Tür mal zu. Die müssen wir nicht töten. Da aber auch eine Sackgasse. Ah, er ist weg. Komischer Psycho, oh ja. Da kommt ein, zwei Treffer. Weil irgendwann geht die Tür auch wieder auf. Ich weiß nicht, ob das mit dem Ogre zusammenhängt oder mit irgendwelchen Schlüsseln. So oder so wäre es ganz schick, wenn der nicht mehr da wäre. Und Level Up, sehr schön. Was haben wir denn hier? Ein Hammer, den wir nicht benutzen werden. Und einen Sack mit einem goldenen Schlüssel. Und jede Menge Essen. Kann alles hier bleiben. Ach ja, ich wollte mal testen, ob wir auch Licht haben, wenn man das Ding nicht in der Hand hält. Nö. Warum genau ist das Ding dann so toll? Hm. Also für mich hält sich das jetzt in Grenzen. Ich habe irgendwie gehofft, dass das vom Inventar aus Licht macht. Weil so habe ich eigentlich lieber immer ein Schild in der Hand. Aber na gut. Licht. Schild. Und die Tür ist immer noch zu. Hing also nicht mit dem Ogre zusammen. Was sagt unser Level Up? Unser Level Up sagt, wir kriegen gleich mehr Lebenspunkte. Ne, kommen wir nicht hin. Schade. Aber wir nähern uns relativ schnell der 50. Das ist schick. Dann haben wir nochmal 20 Attack Power mehr. So, wir haben noch den Sequenzis-Bereich. Und wir haben irgendwo noch die Hallen des Feuers. Und wir haben hier ein Spinnengebiet. Das nicht mal durch Türen gesichert ist. Heißt, wir sollten hier... Kritisch von der Fakul getroffen. Das heißt, wir sollten hier eigentlich erstmal aufräumen. Weil die können ja jederzeit rauskommen. Ja, genau. Ihr. Ihr könnt jederzeit raus. Ihr wolltet es bloß nicht. Drei sind es bisher. Also jetzt nur noch zwei. Gleich hoffentlich nur noch eine. Ja. Komisch an sich, dass die sich hier rausgeplagt haben. Aber... Die haben wahrscheinlich nur gelauert. So. Drei Stück tot. Nummer vier wartet schon. Ding. Ja, wenn man sich erstmal dran gewöhnt, gehen die Spinnen eigentlich. Ich meine, die sterben jetzt ja schon relativ flott. Trotzdem kriege ich da immer einen Schauer, wenn ich die sehe. Also nicht, weil ich Angst vor Spinnen habe, sondern weil die Gegner einfach so nervig sind. Und weil das beim ersten Playthrough so übel war mit denen. Also was Flankieren und Sterben angeht. So. War das jetzt alles am Spinnen? Hast du ein bisschen Fleisch? Was haben wir hier? Ein Cutlass. Und das sieht mir noch so aus, als wenn hier ein Secret versteckt werden könnte. Machen wir doch mal das Licht aus. Und es schimmert nirgendwo was durch. Hier auch nicht. Da auch nicht. Nö. Oh gut. Licht wieder an. Schild in die Hand. Und ich glaube, ich kann es langsam nicht mehr aufschieben. Oh, doch. Ich kann die Hallen des Feuers doch noch aufschieben. Wir machen oben den Walkabout. Da mussten wir einfach nur in der richtigen Reihenfolge das Ding ablaufen. Das musste Klick machen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Da ist jetzt der Stein gespawnt. Also man muss einfach echt nur im Uhrzeigersinn außen rum laufen. Gleich müssen ein Sack spawnen und dann nach ein Bego... Oh. Zuerst ein Legionär. Ich werde nicht weichen. Ding. Ding. Und ja, das soll Gandalf auch gesagt haben. Nee, Gandalf hat gar nicht... Ich werde nicht weichen gesagt. Wer hat das gesagt? Hm. Egal. Gandalf hat gesagt, you shall not pass. Also du sollst nicht vorbei. Komm. Ich weiß gar nicht, wie das Deutsch hieß. Auf Deutsch habe ich Herr der Regen, glaube ich, nur einmal geguckt. Im Gegensatz zum Englischen. Drei, vier Mal. So. Das hätten wir also auch. Und das ging viel zu schnell. Jetzt habe ich ja immer noch Zeit für die Hallen des Feuers. Noch ganze neun Minuten. Gucken wir mal kurz in diesen Sequencesgang rein. Das war hier, richtig? Ja. Schlafen noch mal kurz. Jetzt haben wir ja keinen Ogre mehr im Nacken. Ding. Dafür haben wir ne Psychokrabbe, die uns anstarrt und immer klack, klack macht. So. Ach ja, den Witz, den ich eigentlich machen wollte. Mit dem, äh, ich werde nicht weichen. Das hat halt auch irgendein Held mal in irgendeinem Film gesagt. Und dann wollte ich den Witz draus machen. Ich werde nicht weichen. Ding. Ding. Ja. Nicht sehr lustig. Aber gut. Da haben wir einen Teleporter. Da haben wir... ...einen blauen Kristall. Passt du? Jo. Sehr schön. Ah, hier passt wahrscheinlich der andere. Jo. Und das haben wir hier. Ah, ein Rezept für Gegengifte oder Krankheitsbekämpfung. Das können wir später mal in unserer Rümpelkammer deponieren. Und hier brauchen wir jetzt den dritten Eisenschlüssel wahrscheinlich. Na gut. Haben wir wenigstens schon mal zwei aus dem Inventar raus. Momentan haben wir ja ein wenig Platzprobleme. Wo war jetzt dieser Sequenzis-Bereich? Ich hätte schwirren können, er wäre eben gerade da gewesen. Holz auf Feuer. Nein, 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 nein. Da oben waren die verlassenen Gänge, glaube ich. Hier war auch irgendwas. Ha. Da hieß wahrscheinlich der Bereich wirklich Sequenzis, aber da war nichts drin, außer diese drei Türen. Das heißt, wir müssen jetzt die Hallen des Feuers machen. Oh. Oh. Geht da ich das Tor auf? Nö. Na gut, keine Ablenkung mehr. Wir speichern jetzt ab. LP 022 A. Und wo kommst du jetzt schon wieder her? Da will man das endlich mal angehen und dann respawnen die Krabben. Na ja, alles Erfahrungspunkte. Soll man nicht meckern. Und wenn du mich noch sechs Minuten aufhältst, dann muss ich die Halls auf Feuer doch nicht machen. Aber ich wurde gnadenlos enttäuscht. So, Schwertladung haben wir noch genug. Das können wir gleich mal machen. So. Wusch. Wusch. Und weiter schlafen. Keine Ahnung, warum ich jetzt den Schlaf unterbrochen habe, um das zu machen. Aber sei es drum. So, die Knochenkette brauchen wir nicht. Davon haben wir keine an. Die nehmen wir doch mit. Oder hatten wir die irgendwo deponiert, die andere? Fragen über Fragen. Oh. Noch so ein Schalter. Noch ein Secret und... Ach so. Das hatten wir letztes Mal auch schon gefunden, ne? Hier ist die Fighters Challenge. Aber da kommen wir noch nicht hin. Was hatten wir hier? Hier. Nichts. Und da kommen gleich die Feuerelementare. Also ich werde einen einfrieren. Den dann niederprügeln. In der Hoffnung, dass wir dann den zweiten ein bisschen leichter töten können. Und kein dritter kommt. So, komm mal mit. Ja, genau du. Komm mal mit. Am besten so, dass er den Weg blockiert. So. Sein Kumpel schießt jetzt von hinten am auf der Gegend. Komm, schneller, schneller, schneller. Der ist gleich hinter uns. Das war jetzt nicht gut. Also wir haben einen umgebracht. Einer lebte noch. Jetzt laufe ich mal zurück zu den Hallen des Feuers. Und ich wette, dass es jetzt mehr als einer. Einer? Oh. Oder auch nicht. So kann man sich irren. Aber auf so eine Art werde ich gerne enttäuscht. Aber ich bin mir trotzdem 100% sicher, dass hier irgendeine Form von Respawn war. Ich dachte eigentlich, die wird dadurch ausgelöst, dass man runterfällt. Aber vielleicht ist es ja doch zeitbasierend. Das heißt, wir sollten jetzt keine Zeit verschwenden. Es gab hier einen Knopf. Da musste man den Knopf drücken, den Knopf drücken, irgendeine Reihenfolge von Knöpfen drücken. Und dann irgendwas hier machen. Ich weiß nur nicht mehr was. Außerdem sollte es hier noch ein Secret geben. Na gut. Speichern wir jetzt hier nochmal ab, wo beide tot sind. 22A. Jupp. Und drücken den Knopf. Ähm. Und drücken den Knopf. Und drücken den Knopf. Ja, genau das meinte ich. Aber da war ich eh ein bisschen langsam. Und warum kam da gerade so ein komisches Dumpfgeräusch? Okay. So. Wir wollen. Das war jetzt albern. So. Maus nicht bewegen. Den können wir uns einfach da lassen. Ich hatte das nicht so schnell in Erinnerung. Scheiße, ich bin hier einfach nur zu müde. So. Okay. Und ein Respawn. Respawn ist nicht gut. Und kein Platz mehr. Und überhaupt. Und... Fernkampf-Duell. Zing. Hey, da machst du einigermaßen Schaden bei dir. Na komm. Ich habe zwar nicht mehr viele, die ich werfen kann. Aber danach geht es halt mit den Steinen weiter. Nee, nee, nee. Ich muss jetzt in Nahkampf kommen. So war das nicht abgemacht. Zumal wir hier keinen Platz zum Ausweichen haben. Wusch. Wusch. Die Fackel weg. Und das war schon der ganze Trick. Ja, stimmt. Ich hatte mich letztes Mal richtig geärgert, dass ich hier nicht weiterkam. Das heißt, wir drücken das jetzt gleich nochmal. Dann müssten wir an den nächsten Schalter rankommen. Wollen wir mal ein Duber speichern? Nee, ich mache mal einen neuen Speicherstand. LP 022 B. So, dicht gedrückt. Okay. So, dicht gedrückt. Dicht gedrückt. Dicht gedrückt. Dicht gedrückt. Das war nicht richtig. Also. Wir drücken den Knopf hier. Wir drücken den Knopf da. Wir drücken den auf der anderen Seite. Wir drücken den auf dieser Seite. Und können dann da weglaufen. Und irgendwo anders hin, wo der nächste Knopf dann drückbar ist. Ich weiß nur nicht, welcher das ist. Und ich habe schon wieder die Maus bewegt. Und das Licht geht aus. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ah, hier. Und natürlich ist da ein Feuerelementar drin. Na, wenigstens sehe ich dann was. Auch wenn der irgendwie nicht besonders viel Licht spendet. Das ist ein komisches Feuerelementar. Ah, deine Feuerbälle machen wenigstens Licht. Und was war da für ein schönes Item auf uns? Ein Sword of Necks. Das heißt, wir könnten jetzt die Fighters Challenge machen. Obwohl ich da nicht wirklich motiviert zu bin. Äh. Was steht hier drauf? Das Rezept. Oh, Geschwindigkeitstrank. Den sollten wir ein paar Mal brauen. Westmost Nachricht kann weg. Das Schwert kommt mit. Und noch ein Kettenhemd. Das brauchen wir nicht. Goodie. Das ging doch schneller als gedacht. In einer Folge abgehakt. So muss das sein. Machen wir nochmal fix Licht. Dann wird gespeichert. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.